Ja, das ist mein Glückwunsch an Preußen Münster. Ich glaube, das war schon unter dem Schritt verdienter Sieg. Wir haben uns einfach einiges vorgenommen gehabt. Wir waren schon gut vorbereitet. Wir haben auch gewusst, dass die Bedienungen hier nicht so einfach werden. Und dass wir auch schwere Gegner, schwere Aufgaben haben gegen Preußen Münster. Vor allem dadurch, dass die momentan im Zuhause sehr, sehr stark sind. Und wussten wir schon, was heute davon zukommt. Ich denke schon, dass wir uns die Woche sehr gut vorbereitet haben. Leider Gottes, durch das Tor hat sich das Spiel eigentlich schlecht begonnen. Sehr schlecht sogar nach 10 Minuten. So ein Schuss von 20 Metern oben im Dunkel. Natürlich passiert nicht jetzt jeden Tag und denke, das hat schon sehr, sehr großen Einfluss gehabt. Dieses Gegentor durch das gesamte Ergebnis. Auch das Spiel meine ich. Auch großer Einfluss. Nach 1-0 Ruckstein, da musst du das Spiel machen. Ich frage mal so, wie? Wie soll das machen? Wie soll das gehen? Also das ist schwer. Da muss man lange Bälle schlagen. Und wenn wir lange Bälle schlagen, dann sind drei große Innenverteidiger hinten, die sich darüber lachen und denken, oh Dankeschön. Und wir haben zwar bemüht, wir haben uns bemüht, wir haben versucht. Zum Teil haben wir sehr viele Ballstafetten viel zu nah an unser Tor, was eigentlich nicht nach meinem Geschmack war. Wir haben wenig Überbrückung von Mieterfeld auf Sturm, weil wir sehr, sehr früh schon unter Druck gesetzt worden sind. Und da haben wir wenig Torschancen natürlich herausgearbeitet. Und das Problem ist ja auch, nach der Seite wechseln, das unmittelbar nach der Seite wechseln, kriegst du auch das zweite Gegentor. Und dann natürlich wird es schwer. Und immer wieder bist du total ausgekondert mit schnellen Leuten, mit Hoffmann, mit Rühle, mit Grimaldi, diese Jungs in den Griff zu kriegen, ist gerade nicht einfach. Das Spiel war sehr zerfahren generell, viele Unterbrechungen, gab es gar keinen Spielfluss, irgendwie so war alles so ein schlechter Tag für uns. Ich denke schon, dass ein Sonntagsschuss und ein Standard haben letztendlich das Spiel so beeinflusst, was wir heute verloren haben. Aber unterm Strich, denke ich, ist es schon verdient. Ich meine, verdient der Sieg von Preußen. Ich bin natürlich sehr verärgert, aber es ist halt so, im Fußball müssen wir es akzeptieren und nächste Woche besser machen. Und an Preußen und Münster möchte ich alles Gute wünschen und auch viel Erfolg für die restliche Saison. Dankeschön. Danke für den Kommentar und die Wünsche. Marco Antwerpen, bitte. Ja, logischerweise bin ich natürlich mit dem Spiel und mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Ja klar, es war natürlich auch so, dass uns das 1-0 enormen Auftritt gegeben hat. Wir hatten vielleicht so ein bisschen Angst, dass wir nicht die richtigen Lösungen haben, neben die Spieleröffnung von Rostock. Aber ich glaube, auch da haben wir uns so ein bisschen nach zehn Minuten drauf eingestellt. Wir kamen da, glaube ich, immer besser in die Partie rein. Wir haben Kobielanski ein bisschen offensiver gestellt und dementsprechend sind wir dann auch in die Pressingsituation, die wir dann haben wollen, bekommen. Und ja, das 1-0 ist natürlich sensationell, das muss man jetzt auch einfach mal sagen, das ist ein super Schuss. Aber auch, die wir es dann rausspielen, dass wir den Kobi in der Mitte freikriegen, er halt diese Möglichkeiten hat. Weil er einfach über diesen Schuss verfügt und er das einfach so dann halt ausnahms, dass wir 1-0 in Führung gehen. Es gibt uns Sicherheit, gerade in den Heimspielen, das hat man gesehen. Ja, dann ist es dann letztendlich, dass wir weitere Pressingsituationen halt auch gut genutzt haben. Die Gegner weiter beschäftigt haben. Uns nicht immer, haben wir nachher hinten reindrehen lassen. Sondern auch mal versucht haben, Bischoff, der glaube ich, das Spiel immer sehr, sehr gut verteilt weiter zu bearbeiten. Ich glaube, das ist uns über die Gänze des Spiels eigentlich immer sehr, sehr gut gelungen. Und ja, sind dann, glaube ich, auch in der zweiten Halbzeit weiter präsent gewesen. Gehen dann über die Standardsituation 2-0 in Führung. Und ja, muss man auch mal sagen, dann wird es auch gegen uns hier in Münster mittlerweile sehr, sehr schwer, das aufzuholen. Und ja, das Spiel kommt schon sehr, sehr nah, so wie wir uns das, glaube ich, vorstellen auch in der Zukunft. Dass wir aktiv sind, dass wir den Gegner beschäftigen, dass die Jungs einfach merken, dass sie eine richtig gute Qualität haben. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel, mit dem Ergebnis, mit der Leistung von den Jungs, die sich da einfach komplett belohnt haben. Und viele Dinge einfach heute aufgegangen sind. Und ja, wir drei haben uns einfach in der momentanen Situation auch sehr, sehr gut tut. Und ja, wir einfach glücklich dabei sind. Pavel auch als Gute. Das sieht im Moment überragend aus, da für euch. Und da dürft ihr euch auch nicht unterkriegen lassen, wenn man dann nochmal hier verliert. Das werden dann hoffentlich auch noch die einen oder anderen Mannschaften jetzt dann so passieren. Und auch für euch alles Gute für die nächsten Spiele, dass er da oben dran bleibt, nach Möglichkeit da richtig reinrutscht. Und ja, soweit, glaube ich, dann einfach alles zum Spiel heute gesagt. Vielen Dank. Danke sehr, Marco.